Musik Musik Gäste von nah und fern, ich darf Sie auf das Herzlichste heute hier zur Eröffnung des nunmehr schon 12. Dresdner Stadtfestes begrüßen. Es ist mir eine große Freude, dass Sie sich wieder freigemacht haben für dieses Wochenende und ich hoffe, dass Sie den vielen, vielen Organisatoren, die hier in den letzten Tagen ihr Bestes gegeben haben, mit Ihrem Besuch einen kleinen Dank übergeben können. Ich freue mich auch ganz besonders, dass in diesem Jahr zum ersten Mal auch die Semperoper, die Staatlichen Kunstsammlungen, die Hochschule für Bildende Künste mit dabei sind und Sie werden es selbst erleben können. Am Königsufer gibt es eine Kunstflaniermeile, wo Sie Künstler in Aktion beobachten und begleiten können, aber sich selbst natürlich auch ausprobieren. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020